Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Ja, das Hauptthema, beziehungsweise der erste Punkt, 10% Inflationsrate in Deutschland. Einige von euch, danke dafür, haben mein kurzes Reel gestern Abend schon gesehen. Also dieses YouTube Shorts Video, nur mit ein paar Sekunden. Und jetzt reden wir ganz ausführlich darüber, denn das ist wirklich Wahnsinn. 10%! Das bedeutet, man muss sich das überlegen, ich habe jetzt 100 Euro hier in der Hand und in einem Jahr kann ich davon nur noch 90 Euro aus dem heutigen Aspekt ausgeben. Das heißt, ich verliere 10 Euro in einem Jahr. Und das kann man natürlich hochspinnen. Wenn ich sogar 1000 Euro habe, verliere ich 100 Euro über ein Jahr. Ist das nicht grausam, Leute? Überlegt euch mal, wie unser Kaufkraftverlust hier immer weitergeht und deutlich schlimmer wird. Und dazu muss man ja sagen, das ist der offizielle Wert. Das ist der offizielle Wert, der jetzt hier im September 2022 bei 10% liegt, laut Statistischem Bundesamt. Wir gucken uns das gleich im Detail natürlich nochmal genau an. Wie hoch ist es denn in Realität? Denn überlegt doch mal. Also 9 Euro Ticket habe ich persönlich nicht benutzt, weil das war ja jetzt hier in der Kalkulation nicht mit drin. Und auch noch der Tankrabatt. Und komischerweise, ich tanke jetzt aktuell günstiger als zur Zeit mit dem Tankrabatt. Sollte auch zu denken geben. Und wenn wir uns das Ganze im Detail angucken, heißt es hier, höchster Wert seit 70 Jahren. Deutsche Inflationsrate steigt im September auf 10%. Und Leute, was willst du dazu noch großartig sagen? Möchtest du? Ne, das machen wir gleich. Wir sprechen gleich darüber, dass jetzt noch eine Gaspreisbremse kommt, die nebenbei gesagt die Inflationsrate durch die Decke schießen lassen wird. Denkt an meine Worte. Interessant ist dann immer solche Aussage hier. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 9,4% gerechnet, nach 7,59% im August. Wie kommen die auf solche Werte? Man muss doch einfach nur mal realistisch in den Supermarkt gehen, tanken gehen, arbeiten in diesem Land. Dann weiß man, dass das 10% auch nicht reichen wird. Für mich persönlich sind es deutlich mehr als 10%. Ihr könnt eure persönliche Inflationsrate wieder mal in die Kommentare schreiben. Das machen wir ja regelmäßig und häufiger hier mittlerweile. Denn das passt einfach nicht zusammen. Hier auch noch gerne beim Statistischen Bundesamt die offizielle Pressemitteilung dafür. 10,0% ganz genau. Hätte mich nicht gewundert, wenn sie es abgerundet hätten, damit es nicht zweistellig ist, sondern 9,9% gemacht hätten. Und gestern Abend im Olli-Kanal drüben habe ich ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Aber das Ganze ist ja jetzt durch hier quasi dieses Energiepaket. Hier wird jetzt ein Paket mit 200, nochmal, 200 Milliarden Euro in Anführungsstrichen zur Verfügung gestellt. Bedeutet, wir müssen dafür mehr, länger und härter arbeiten, damit dieses Geld irgendwann überhaupt erstmal zur Verfügung steht und erwirtschaftet wird. Und dieser sogenannte Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden Euro sollen Verbraucher und Unternehmen gegen die stark steigenden Energiepreise schützen. Hier wird also wieder mal Geld verwendet, um einen finanziellen Vorteil irgendwo zu haben. Es wird aber wieder mal nicht das Kernproblem angegangen, dass wir keine adäquate Energieversorgung in diesem Land mehr haben. Und das ist ein grundlegendes Problem. Da sollte man doch hingehen über Fracking, über AKWs, über Atomkraftwerke usw. Diese ganzen Thematiken sprechen, in Erwägung ziehen, AKWs beispielsweise direkt sechs unter Volllast aktuell laufen lassen, anstatt hier Streckbetriebe zu machen, hier darüber zu diskutieren, ob das in Niedersachsen jetzt abgeschaltet wird, ja oder nein. Ja, natürlich, sie wollen es abschalten, beziehungsweise Habeck. Warum? Weil dort die Landtagswahlen stattfinden werden und weil man das ja groß und breit versprochen hat, dass das da abgeschafft wird. Aber dass das auf der anderen Seite das Neueste dieser noch drei laufenden Atomkraftwerke ist und es mehr als irrational ist, dieses Besonderes rum abzuschalten, darüber spricht kein Schwein, auf Deutsch gesagt. Und das ist ein Armutszeugnis, denn das wird uns nur noch mehr Inflation bescheren. Denkt an meine Worte, das sollte jedem klar sein. Wisst ihr, Leute, es ist so deprimierend. Eine Hiobsbotschaft folgt der nächsten, so heißt es hier, in einem Herbstgutachten bei der Welt, Zitat, Institute erwarten Rezession für Deutschland. Schlimmstenfalls 8% Einbruch. Ach, das ist aber überraschend. Habe ich nicht gerade vor ein paar Wochen noch ein Video darüber gemacht, als es von diesen angeblichen Experten hieß, hm, 2 bis 4%? Jetzt auf einmal sind wir schon mit dem Doppelten oder sogar Vierfachen bei 8% angekommen. Ja, wartet mal ab, Leute. Denn ich erkläre euch gleich, warum ich fest der Überzeugung bin, dass hier auch die 8% nicht ausreichen werden. Hier heißt es nämlich, in einem Herbstgutachten erwarten die führenden deutschen Forschungsinstitute für dieses Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von rund 1,4%. In ihrem Risikoszenario veranschlagen sie für 2023 einen Konjunktureinbruch um 7,9%. So, und dann heißt es nämlich hier unten weiter, sowohl einkommensschwache Haushalte als auch Unternehmen sind deshalb auf weitere Unterstützung der Politik angewiesen. Ja, großartig. Da soll die Politik, sprich der Bürger, der Steuerzahler wieder hingehen und irgendwelche anderen Leute irgendwie finanziell unterstützen. Das kann doch nicht die Lösung sein. Wann werden denn endlich mal auch bei diesen Instituten die angeblichen Experten dazu aufrufen, dass die Politik schwachsinnig ist, wie sie gerade gemacht wird? Denn, überleg doch mal, was für Folgen daraus einfach kommen. Weil, wenn wir uns nämlich angucken, die sagen ja hier zum Beispiel, die hohen Energie- und Lebensmittelpreise, die im kommenden Jahr weiter ansteigen dürften, sorgen für deutliche Kaufkraftverluste. Aber das ist doch nicht alles. Da wird immer wieder diese komplette Verflechtung der gesamten Lieferkette meiner Meinung nach außen vor gelassen. Soll heißen, ein Produkt X wird hergestellt, da muss es aber auch transportiert werden, die Rohstoffe müssen zuerst messen, angeliefert werden, etc. pp. Wird dieses Produkt nicht mehr hergestellt, haben die folgenden Unternehmen, die eigentlich mit dem Transport beispielsweise, mit dem Vertrieb, mit dem Verkauf und so weiter, allem drum und dran involviert sind, auch nichts mehr zu verkaufen, nichts mehr zu tun. Und dann sind diese 8%, die hier angegeben werden, selbst die schon nicht mehr realistisch. Das ist dann mal ganz schnell 15, 20, vielleicht sogar 30%. Also Leute, es wird nur noch viel schlimmer. Oder sehe ich es falsch? Gebt mir Hoffnung. Ja, dann kommen wir uns, wir drehen uns immer wieder im Kreis in diesem Kanal zu einem ganz altbewährten Material dieser Erde, was nur begrenzt verfügbar ist, zurück. Das nennt sich Gold. Ganz klar, deutsche Privatanleger decken sich mit Gold ein, hieß es bereits vor ein paar Tagen schon und der Artikel könnte heute nicht passender sein. Der Goldpreis ist zuletzt stark unter die Marke von 1700 Dollar gefallen. In Deutschland nutzen viele Anleger die Preisschwäche, um Barren und Münzen zu erwerben. Und ich möchte euch nur zwei Punkte als kleine Gedankengänge, die ich jetzt habe, mal mitteilen. Das ist erstens der Punkt, die Weltbevölkerung wächst. Dementsprechend gehe ich persönlich auch davon aus, dass eine größere Nachfrage nach Gold in der aktuellen Zeit besonders und auch in den nächsten Jahren existieren wird. Das ist ein begrenztes Gut. Ein Punkt. Der zweite Punkt, wo kommt Gold her? Das kann ich jetzt leider nicht irgendwo draußen auf der Straße finden, außer jemand hat seine Münzen oder Barren dort verloren. Das ist unwahrscheinlich. Es wird in einer Mine abgebaut in der Regel. Das heißt, dafür wird viel Energie, Treibstoff und so weiter verwendet, je nachdem, wo es abgebaut wird. Energie ist zurzeit verdammt teuer. Das heißt, logischerweise müsste theoretisch auch der Goldpreis mit ansteigen. Das sind nur mal so zwei Gedanken einfach zu diesem Thema um Gold. Dementsprechend, ich bin Gold sehr, sehr positiv eingestellt. Und wenn wir uns den Kurs jetzt gleich angucken, meiner Meinung nach ist es absolut massivst unterbewertet. Weil, wenn ich, nehm mal an, Betrag 100 Euro oder 1000 Euro habe, und ich habe am Anfang des Videos ja gesagt, die Inflation bedeutet, dass ich in einem Jahr 10% weniger von diesem Geld in Kaufkraft habe. Das heißt, ich habe nicht mehr 1000 Euro, sondern in einem Jahr nur noch 900 Euro. Wenn ich aber jetzt dieses Jahr hingehe und kaufe für 1000 oder auch 100 Euro etwas Gold, ist das nächstes Jahr immer noch das Gewicht in Gold, wie es beim Kauf war. Und dann schauen wir uns bei gold.de auch direkt mal hier den Goldkurs an. Und der ist jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme, bei 1701 Euro pro Fein und Gold, 31,1 Gramm, ist die schwer. Und wenn wir uns den Verlauf dazu angucken, ist es halt irrational. Es ist irrational, da wir in solch einer Situation mit Russland, Ukraine sind, dass der Goldkurs so rapide nicht am steigen ist, wie er es eigentlich sollte. Im Gegenteil, in den letzten sechs Monaten ist er auch nochmal ordentlich gedroppt. Und dementsprechend, wann sollte man denn in ein Asset einsteigen, meine Meinung nach? Bestimmt nicht, wenn es am Peak ist und dann nur noch weiter nach unten fällt. Man sollte es dann machen, wenn es kaum jemand macht. Dementsprechend, man ist natürlich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen spät dran, wer es noch nicht getan hat. Aber wer jetzt auf die Idee kommt, hinkommt und verkauft womöglich sein Gold, okay, es gibt ein Argument, warum ich sagen würde, okay, jetzt kannst du dein Gold oder auch andere Anlageklassen verkaufen, um die Miete und um die Nebenkostenrechnung, die Heizung zu bezahlen. Aber ansonsten sehe ich Gold gerade im Speziellen wirklich nur als reine Anlage aktuell als ganz wichtig an und immer auch den Punkt im Kopf behalten, Gold kauft man und verkauft man nicht mehr. Und dementsprechend gucken wir hier nochmal, wow, Abfliege, bei Kettner Edelmetalle rein. Schaut mal rein, hier ist auch ein Gutscheincode Olli. Einfach eingeben, bekommt ihr nämlich auch nochmal einen Rabatt, wenn ihr dort etwas bestellen solltet. Und es gibt meiner Meinung nach gerade auch im Goldbereich für den kleinen Goldbeutel ebenfalls was. Das muss nicht unbedingt eine volle Unze sein, das geht auch in der Zehntelunze für 224 Euro beispielsweise. Und wenn wir hier auf Preis aufsteigend sortieren machen, sehen wir, dass die günstigste Möglichkeit beim Kettner ist, um Gold zu kaufen bei 42 Euro. Und dann geht das Ganze natürlich weiter um. Hier haben wir auch eine schöne Sammlermünze, die meiner Meinung nach bestimmt auch im Preis steigen wird, gerade mit der Queen drauf, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber jetzt, in der aktuellen Situation, würde ich persönlich eine deutlich größere Konzentration auf Anlagemünzen und nicht auf Sammlermünzen beispielsweise legen. Und da sind natürlich Krügerrand oder Maple Leaf oder auch hier natürlich der Gold American Eagle, ganz neue Version aus dem Jahr 22, natürlich ganz prädestiniert für. So meine Freunde, das war mein Part. Jetzt seid ihr dran. Jetzt schreibt ihr unten in die Kommentare rein, was ihr zu den Themen zu sagen habt. Das freut mich natürlich sehr. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Daumen hoch unbedingt, dann geht das Video ein bisschen steiler, hoffen wir mal, mit den Klicks durch die Decke. Dankeschön dafür, bis zum nächsten und ciao.